Unser Kinderstuhl ist wirklich eine praktische Sache. Den kann ich überall verwenden, wo ich diesen Kinderstuhl brauche. Er ist einmal platzsparend zu transportieren, weil den kann ich zusammenklappen wie ein Regiestuhl. Und ich kann ihn überall verwenden, egal ob sie jetzt ihre Nachbarn besuchen, sprich auf einen Gartenstuhl montieren möchten, im Restaurant, wenn sie essen gehen oder auch beim Camping. Weil dieser Kinderstuhl wird einfach auf einen anderen Stuhl aufgesetzt. Hier sind mehrere Spannmöglichkeiten dabei. Das heißt also, ich fixiere ihn hinten an der Lehne. Dann habe ich einen zweiten Gurt, der unten unter der Sitzfläche durchgeführt wird und auch hier vorne einfach wieder mit einem Schnellverschluss verbunden. So ist der Stuhl sicher auf dem anderen fixiert und Ihr Kleinkind kann hier drin sitzen. Wirklich ideal mit kleiner Krümelsschublade. Ich kann das waschen bei 30 Grad und kann auch den Bezug dementsprechend rausnehmen. Ganz praktisch für jeden, der Kinder hat.